Moin, mein Name ist Lukas Propp, ich bin Landwirt auf der Hufe 8. Wir sind ein biologisch wirtschaftender Betrieb, der artgerechte Hühnerhaltung betreibt. Vor fünf Jahren haben wir diesen Betrieb auf ökologischen Landbau umgestellt und haben den ersten Mobilstall für Legehennen gebaut. Artgerechte Tierhaltung kostet Geld. Ich glaube, wir haben es hier geschafft, mit Hilfe der VR-Bank Güstrow, vor allem Frau Blech, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen. Ich glaube, wir sind in Einklang zu bringen. Ich glaube, wir haben es hier geschafft, mit einer Come-Kamilien-Kamilie. Wir sind in einem Set von cooperierenden Betrieb, Versorgung der Betrieb ist ein Zeitpunkt, Vielen Dank.